Hallihallo ihr lieben Leute von heute und herzlich Willkommen zurück zu Motorracer 2. Ich weiß nicht, ob ich dich noch will, aber ich bleib jetzt mal bei dir. Enttäusch mich nicht. Blaues Bike, gib mir Macht. Oh, ich bin hier schon in Schweiß gebadet. Ja, ich nehm diesen ersten Part direkt, äh, diesen ersten Part, diesen zweiten direkt nach dem ersten auf. Oh, das ist anstrengend. Das ist echt anstrengend, aber es macht wie gesagt auch echt Spaß, es ist cool. Also wirklich, Motorradrennspiele mag ich sehr viel mehr als Autorennspiele, das macht schon mega fun. Oh cool, es schneit. Okay, diese Strecke kenne ich noch gar nicht. Hoffentlich ist es hier nicht zu vereist und nicht zu glitschig. Wow, okay, es ist glitschig. Hohohohohoho, das war gut. Weg da, Ken, weg da. Boah, dieser Typ regt mich auf, ne? Ich kann mich darauf gar nicht konzentrieren jetzt, wegen ihmchen und wegen... Geh weg. Geht beide einfach nur weg. Oh, eine Wand. Nein! Hilfe! Ich bin sehr glücklich. ... Ah, eine Wand. Ah, nein. Okay, jetzt geht's um die Wurst. Ha, ha. Ach, ne, 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 ne. Vielleicht ist dieser Stunt auch gut zu beschleunigen. Das sah gerade irgendwie jedenfalls so aus. Oh, nein. Come on. Was? Final lap? Jetzt erst? Ach so. Ah. Oh, nein. Das gibt's doch nicht, ey. Das sieht bei, glaube ich, ganz gut, diese Perspektive. Ach, jetzt fahr doch. Aber die anderen hole ich, glaube ich, nicht mehr ein. Ne, das war's. Schade. Ich will ein Eis. Oh, ist das hart. Das ist echt hart. Hart, aber geil. Geil, aber hart. Keine Ahnung. Die Quick. Die Quick und die Dead. Krass, krass, krass. 3, 2, 1, 2, 1, das ist cool, könnte auch scheiße werden, aber es ist erstmal cool. Ich liebe dieses Spiel gerade so sehr. Checkpoint, mein Freund. Hilfe! Ah! Das ist so geil, Hilfe! Geh da weg! 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 Ja, ich bin hochkonzentriert. Alter, ich bin so weit hinten. So sind die anderen geblieben. Da hinten ist einer. Oh, Manu. Manu. Wieso verliere ich denn immer? Aber okay, ich kenne die Strecken auch nicht wirklich, ne? Deswegen, es spielt natürlich ein bisschen mit rein. Und vielleicht habe ich nicht das beste Bike. Vielleicht war es eine Fehlentscheidung. Ich weiß es nicht. Wie ist es denn erst auf den anderen Schwierigkeitsgrad? Was ist da anders? Das klingt ja schon super. Feel the heat. Ich meine, ich fühle die Hitze jetzt schon vom Stress. Es ist ja kein Stress, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Man ist ja schon mit seiner vollen Konzentration bei. Und muss hier irgendwie zusehen, wie man klarkommt. Let's go. Sieht ja hier aus wie der Dschungel schon wieder. Nur irgendwie verkehrt rum. Ah! Wirst du wohl. Boah, das gibt's nicht. Was ist das für eine Strecke? Ständig Wände und Kurven. Ich mag das nicht. Ah, nein. Fuck. Fuck. Torbo. Torbo. Lass mich vorbei. Geht so vor wie jetzt echt so ein kleiner Glücksbringer von mir gerade. Final lap schon wieder? Was war mit den anderen Laps? Die hab ich gar nicht mitgekriegt. Ah, nein. Torbo. 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 Was war das denn? Flitzer. Voll die Flitzer. Torbo. Ich sagte Torbo. 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 What? What? Wieso bin ich denn da jetzt gerade vom Rad gestürzt? Oh Mann. Oh Mann. Das nennt man Pech, Leute. So kurz vorm Ziel bin ich vom Rad gestürzt. Geil. Ihr Fieslinge. Snakepath. Oh je. Sollte ich ein anderes nehmen für mehr Bodenhaftigkeit vielleicht? Ich glaube, ich nehme mal das Dunkelblaue diesmal. Ist vielleicht besser. Weil das sah schon sehr, 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 äh, Dingsbums mäßig aus. Also sehr kurvenlastig meine ich damit. Let's go. Uh, wirst du bei Nacht. Geht da weg. Hier stehen ja sogar Menschen. Sind das Menschen? Sieht jedenfalls so ein bisschen dann aus. Ich mag die Strecke nicht. Nee, ich fahre nicht hinten drauf. Nein, 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 nein. Oh Mann, diese Straßen hier sind echt mein Tod. Mein Freund. Nein. Oh, ich sterbe hier echt, ey. Aha, selber Final Left. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Hey, ich war jetzt so gut eigentlich. Hör auf mich zu überholen. Ah, ich esse diese Straßen. Ah, ich esse diese Straßen. Wie geil war das denn, bitte? Auf den allerletzten Metern noch eben mit Turbo überholt. Geil. Geil. So knapp. So knapp. Noch gerade so den zweiten Platz geholt. Geil. Das freut mich. Spike war die richtige Entscheidung. Ah, sie haben Superbike Championship. Irgendwas. Starten sie nochmal, um ihre Gesamtposition zu verbessern. Aber ich will nicht. Ich will das doch gar nicht verbessern. Ich bin zufrieden damit. Ich will doch... Alter. Ich habe echt den ganz bösen Verdacht, dass man... Dass man echt den Ultimate Championship nur machen kann, wenn man überall den ersten Platz hat. Zurück. Zurück. Speichern. Möchten sie wirklich? Ja. Ihr Bösewichter, ey. Speichern erfolgreich. Auch wenn der Button nicht ganz voll war, aber egal. Aber das ist fies, dass da jetzt wieder so eins von acht stand. Ich soll meine Sachen da verbessern. Warum? Ey, ich habe gerade eben den zweiten Platz geholt. Das ist schon mega gut für mich, okay? Ich meine, okay, ja, bei Mario Kart bin ich besser. Da erreiche ich immer entweder den zweiten oder den ersten Platz eigentlich. Aber, aber, aber... Ihr seid so böse. Ihr seid so böse zu mir. Also nicht ihr, sondern das Spiel meine ich natürlich, ne? Ich will doch keinen Demo-Modus. Vor allem so schön, man kann auf Deutsch stellen. Da steht da halt nur Lädt gerade, anstatt Loading. Okay. Aber die Ansagen sind immer noch auf Englisch und, ja, what the fuck. Und wer ruft hier draußen so laut gerade, wuh? Kein Plan. Naja, egal. Ich bin hier jetzt, jetzt, äh, äh, ne? Ich bin hier erstmal fertig, wollte ich sagen. Und, was zeigst du? Oh, die Strecke hatte ich, glaube ich, bei, bei der Demo damals, glaube ich. Kann das wohl sein? Ich glaube, ja. Da fliegt man ja so richtig. Aber ja, das sieht sehr nach dem, nach der einen Demo-Strecke aus. Boing, boing. Boing, boing. Boing, boing. Boing, boing. So, wiederholt sich das gerade immer wieder oder bilde ich mir das ein? Oder ist die Strecke nur so? Ja, okay, die Strecke selber wiederholt sich ja auch, ne? Okay. Es findet ein Ende von alleine. Gut. Okay, ihr Lieben. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Wempi. Ciao.